Schädt euch! Schädt euch! Schädt euch! Schädt euch! Schädt euch! Schädt euch! Unglaublich sowas! Was ist los in dem Land hier? Es ist ein Dächtverheber geworden! Ich hier fließt Blut aus ihr Kopf! Sofort, klar, du warst eine Einwesen, jetzt ist es ein Kunde. Wir brauchen nicht noch mehr Wunsch. Lassen Sie mal hier die Sanitäterin arbeiten. Aber bitte treten Sie nicht nach! Bitte treten Sie nicht nach! Ich möchte auch nicht die Faust zu füllen, geht mal hier weg!